was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an den zuschauern und abonnenten wir spielen heute ls 15 auf der map arkendorf 2.2 zusammen mit den teen und den randy hi leute 36 37 hast du gesucht ja leute ihr seht es ist etwas anders und zwar wir haben auf einmal 140.000 knapp an kohle liegt daran wir mussten glas 4000 wieder abstoßen und verkaufen leider leider und zwar aus folgendem grunde lex diese lex die an der letzten folge gesehen habe bei mir die ganze zeit das war leider der glas denn sobald sich von den anderen zwei bobos in den glas gesetzt hat hat es genauso gelekt wie scheiße ich darf ich rennen die dafür ich darf ich darf ich bin auch mal hexe ja ich warte da hin und dann fahr du doch gleich mal mit der maschine dort noch wegen hänger und dann machen wir anders wo ist der anhänger ach so warte mal der andere ist wo ist jetzt der die felder sind bei der pga unten drunter ja ich weiß aber der anhänger wo ist der jetzt weil den glas haben wir ja verkauft also wir haben das geld uns natürlich wieder gut geschrieben weil er ist halt blöd wenn der traktor da andeckt dann dürft ihr ja unten an der pga stehen oder der hänger also wenn der wenn der weiß nicht wie weit ihr damit gefahren seid ich bin bloß ein paar meter vor also pga versteht da ja wie sieht was los was denn ach so ich habe gedacht du hast scheiße gebaut wie immer kommst du echt durch den tunnel durch aber durch den anderen tunnel kommst du nicht wissen wir gar nicht die fälte sind davor grüß dich du alter schlaumeier die waren gedüngt jetzt die sollten gedüngt sein bin ich mal gespannt was hier der ertrag ist da bin ich echt gespannt was da rauskommt ich habe noch nie mit dem ding gemacht ohne mist ich kann es mir vorstellen dass du noch nie mit dem ding gemacht hast so bitteschön rennt er naja das sieht schon gefährlich aus ne wir schauen mal so pass auf wir sind natürlich wieder auf der suche nach einem traktor sollten wir unser modpack gleich ein bisschen aufrollen soll was denn nix ich komme diesmal ganz normal angefahren er zieht sofort links ins feld rein auf jeden fall ich überlege ich überlege wir haben echt nicht viel kohle nur ich würde auch gerne mal die johnny's ausprobieren mit der kette die kümmerung das ist blöd das war dort günstig 185 sparen oder wir müssen uns ein original holen hast halt warte mal was haben wir da im angebot da wird mir okay vergisst du wieder so gibt es aber nicht schnell werfeinig dass sie kriegen wird für das geld was hat er denn was hat er denn was hat er ich den dreck gar nicht an wo ist unser schönes ding jetzt irgendwas ist jetzt hier gerade kaputt kommt steigt mal aus da ne warte mal bei mir hat sich hast du das gerät ausgewählt nein nein ich kann wenn jetzt geht es wieder warte mal jetzt geht doch wieder tabulator so ist der an hier ja lass mal rein ja der geht auch nicht aus bei mir auch nicht 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 ich konnte da habt ihr das ic control drin aktiviert ne hat er gar nicht der hat häxler ic control geht gar nicht an und wenn man ne da ist ein helfer drin helfer aktiviert ist bei dem drescher ach so warte bei den krone alles klar ja du geht's jetzt bin ich echt gespannt und kommt aber sam ja acht prozent jetzt geht's sagst du ja 4000 liter jetzt reichlich ist auf jeden fall jetzt schon mehr drin als ich gerade mit sachsen hatte ja ach ist immer wieder ey wenn du mit profis warum sollst du mit anfängern spielen wenn so viele profis auch da jetzt sind oh man na gut bin selber wahrscheinlich schnell bist du aber verstehe ich drüber ja 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 es tut mir echt leid euch das erzählen zu müssen aber wenn ihr das video seht ne ja spiel ich gerade alles 17 wassack ey aber das ist so gemein ne ja tut mir echt leid aber wir zocken gerade alle 17 auf der farm kommen wahrscheinlich alles wann war das anzocken ja gar nicht hä bitte ich nicht ne allgemein naja ich denke doch separat dieses da ist doch selber gesagt das ist doch 15 naja das sind die spiele dinger ja achso 17 können wir gar nicht anzocken na gut alles klar ich weiß ich habe da insgeheim irgendwas geplantes aber so das was ich dir geschickt habe vom programmablauf habe ich da jetzt nichts ne ich bin doch wieder ich kann doch sein ich erzähle ich bumms dann habe ich mir das nur an aber äh doch LS 17 wird auch vorgestellt irgendwie ne auf diese präsentation dort na gut egal ich glaube wir lassen uns einfach überraschen weil äh nicht dass wir wirklich noch irgendeinen quark erzählen und äh die leute voll voll äh hier irgendwie noch einen Hals auf uns schieben warum würden die doch nie erfahren weinen die ja hängt gerade so ähm Lisi ja so läuft ne wollen wir doch mal zu den Bergsteiger gehen das gibt kein Problem alter Quell das ist ich bin ganz ehrlich der hat auf einmal so viel Power ich hab ihn die ganze Zeit mit den der New Holland rumgefahren der konnte nix wie ist er es daran gewöhnen weißt du weäähh Hm Wir unterschätzen die Holland. Ja, durch. Alter, es war ein T6. Alter, der ist bergauf mit 10 kmh getuckelt, wenn du hinten was dran hattest. Ja. Wenn wir jetzt mal testen, jetzt komme ich an den Berg hier, der mich immer so aufgeregt hat. Guck mal, jetzt war ich hier hoch mit 40. Da können die alten Kinder jetzt machen wir doch Arsch. Komm ran hier jetzt mit dem Traktor. Was ist los? Das ist Vollspeed. Ich meine, hau die Differenziale nach unten. Alles drunter, Digi. Du musst auf 40% gehen, da zieht auch den Berg ein bisschen schneller hoch. Nee, nee. Doch, Skinscheiß. Mehr Drehmoment. Weniger Endgeschwindigkeit. Das war das Rechte, die Zahnräder, ne? Hm, richtig. Tö. Wenn das auf 1% hast, gibt es nichts, was der Traktor nicht schafft. Eher reißen die Achsen raus. Das ist ühig. Ach ja. Oh, der Schieb. Shad, echt Bock, ey, mir auch so einen alten Traktor zu kaufen, ey. Weißt du, das Ziel ist auf jeden Fall schneller und reeller als meine SLN-Pöft. Du bist so ein Wichser. Aber die werden so guten Händen bei mir, warum willst du das nicht? Ja, wort man auch schon mal ab, ich meine... Vor allen Dingen, die waren ja wirklich ein guter... Ja. Du hast ja auch noch sehr viele Jahre vor dir, weil er lässt sich das dann auch irgendwann realisieren. Oh Gott. Ich will auch mal gucken, wie sich unsere Beziehung weiterentwickelt. Ich weiß nicht, was du willst, aber ich werde dir das nicht tun. Er kam an. Was? Er kam gerade an. Wer kam an? Der Witz. Ach so. Ich werde das nicht tun, was du willst. Ich mach das nicht, nein. Na, 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 na. So. Guck, haben wir das erste Feld schon niedergeschwartet. Und dann ist oben noch. Da haben wir aber den Bunker da oben vollgeknallt. Alter, wenn das keine Kohle gibt, dann weiß ich es auch nicht. Ja, aber schon muss ich den Preis wieder erhöhen. Das wird's nicht sein. Wohin er das mittlerweile schon wieder getan hätten. Alter, was machst denn du da hinten? Du sagst ja mal. Ich kann ja kaputt. Vielleicht sollt ihr die Traktoren tauschen. Ne. Meiner ist schon stärker wie seiner. Ne, ist er nicht. Ne? Mh, mh. Ich fühle sie ja den leistungsstärksten. Ich fühle sie ja den 850. Du hast, glaube ich, den 650er. Kann nur schief gehen. Na, 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 na. Ich spritze die ganze Zeit an deine Gabel da vorne. Das klingt jetzt auch blöd, ne? Ja. Das, ja. Ja. Solange Fritzi hier noch mehr bleibt, dass das Wort sich entscheiden kann. Fritzi? Oder hast du jetzt Fritzl gesagt? Fritzi. Achso, weil Fritzi war jemand anders. Ja, ja. Das war ein bekannter Sänger. Über den sprechen wir aber nicht. Ne, lieber nicht. Ach, ja. Okay. Nächste Folge. Ne, diese Folge. Ganz kurz noch. Wir haben noch ein paar Minuten. Ganz kurzes Thema. Ihr habt mitgekriegt, Amagläufer im Zug. Ja. Ja? Habt ihr? Ja. Überhalb. Okay. Wurde er erschossen von der Polizei? Ja. Es hat mehrere Menschen schwer verletzt. Und ich glaube, einer schwebt noch in Lebensgefahr oder so. Viele verletzt. Und ist quasi, glaube ich, auf die Polizei losgegangen oder so. Ne? Da haben sie ihn erschossen. Ja. Ja. Twitter-Post habt ihr ja bestimmt auch mitgekriegt. Von Künast. Natürlich. Von der kompetentesten Politikerin. Ja. Frau Künast hat mal wieder einen rausgehauen, aber mal richtig volles Rohr, würde ich sagen. Okay. Das habe ich nicht mitgekriegt. Was hast du denn gemacht? Sie hat geschrieben, hätte man den Angreifer denn nicht, oder hätte man den nicht kampfunfähig schießen können? Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Ne, ne. Fragezeichen. Hab ich auch gelesen. Hab ich auch gelesen. Ja, ja. Ja, aber sie hat auch ganz viele Fragezeichen geschrieben. Ja. Ja. Und am Ende dann noch, das sind Fragen. Äh, 81. Also ich habe nur mitgekriegt, dass alle voll begeistert waren, dass die so schnell da waren. Sehr, sehr gute Reaktion von der Polizei fand ich, von dem Pressesprecher. Ähm. Was soll er gesagt? Von der Gewerkschaft. Ja, von der Gewerkschaft. Der hat eine relativ umfangreiche Stellungnahme dazu geschrieben, was die natürlich komplett hat dumm dastehen lassen. Es war aber auch eine, es war halt auch einfach eine komplett dumme Frage. Also das war, ne. Also das ist eigentlich kaum mit Worte zu fassen. Aber naja. Also mal wieder rausgehauen. Also ja, bei N24, dass so ja anwesendliche Politiker nerven. Ja. Das nervt wirklich. Also es nervt einfach. Das ist schlimm, ey. Das ist aber auch alles und jeder Politiker schimpfen darf. Das ist ganz schlimm. Ja, das ist halt Bündnis 90 die Grünen. Ja, und ähm. 98. Was war noch? Ach so, ja. Und dann war ja noch die andere Politikerin. Weiter. Oh, alles klar, man schreibe mich zu einem, ey, sonst klatsche ich dir gleich eine. Auf jeden Fall. Und die andere Politikerin, ähm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die hieß. Das ist auch ganz neu. Die, die ihr Lebenslauf halt komplett gefälscht hat. Äh. Hitsi ist die Kluge oder auch irgendwie sowas. Rundens, irgendwie sowas. SPD. Ja. Die hat halt reingeschrieben, sie hat Jura studiert. Die hat nie Jura studiert. Die hat nie ein Jura studium gemacht und hat's reingeschrieben. Ja, hat aber teilweise, hat aber teilweise auch als, ähm, in solchen Bereichen gearbeitet und wurde natürlich auch dementsprechend entlohnt. Hat aber nie Jura studiert. Ey, wie geil ist das denn? Ich schreibe jetzt auch noch. Ey, das ist bei uns, ne? Äh, in der Politik. Und, ähm, ja, ich schreibe jetzt auch meinen Lebenslauf. Ähm, einfach irgendwelche Sachen rein, die nicht stimmen. Ich schreibe jetzt einfach rein, erstens habe ich Maschinenbau studiert, zweitens bin ich Arzt, Anästhesist und, äh, Krankenschwester. Und, ähm, ja, und dann ist so, bewerbe ich mich jetzt einfach neu. Es ist doch unglaublich, oder? Es ist doch wirklich unglaublich. Da muss man sich doch mal, äh, wirklich mal so in sich gehen und muss doch wirklich mal kurz sich die Frage stellen, was ist denn das eigentlich noch? Was ist denn das noch? Ne? Und was sagt die Raute, was sagt die Raute dazu? Nix. Ich weiß nicht so recht. Also, keine Ahnung. Was ist das noch? Ich verstehe es nicht. Aber kein Politik-Talk in den Aufnahmen. Äh, wir haben einfach nur mal über News geredet. Unsere eigene Meinung, dass man da, würde ich sagen, einfach mal außen vor, weil, äh, da scheiden sich die Geister bei solchen Themen. Äh, ganz viele Befürworter, ganz viele Gegner, welche die mittendrin stehen und so weiter. Auf den Nenner kommt man sowieso nie. Und, äh, bevor wir irgendwie die Community spalten oder Sonstiges oder da, äh, irgendwie so ein Shitstorm dann auslösen wieder, wo sich die Leute beklingeln in den Kommentaren, äh, ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Deswegen einfach jeder so seine Meinung und alles ist okay und alles cool. Wir wollten einfach nur mal über die aktuellen Geschehnisse reden, denke ich. Ist ganz gut. Was ja auch schon wieder nicht mehr so aktuell ist, wenn wir gerade drüber sprechen, weil es schon wieder zwei Tage her ist, ne? oder drei. Naja, in diesem Sinne sind wir fertig. Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schaut bei den anderen zwei Bobs vorbei und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Tschüss mit dem U.